Hallo? Mein Vater ist gestorben. Zum zweiten Mal. Als ich ihr Mittelsmann wurde, war sie nur eine gewöhnliche Agentin. Da bist du ja. Es war meine Idee, sie in den Iran zu schicken. Du bist perfekt für diesen Auftrag. Sie war zielstrebig und wollte etwas Bedeutsames leisten. Ich vertraute ihr. Farhad Razavi wurde ihre Zielperson. Schön, Sie kennenzulernen. Cheers. Die Menschen hier haben viele Geheimnisse. Du kannst mir helfen. Bitte zieh mich da nicht mit rein. Du wirst ihn herbringen, egal wie. Er ist wie ein Kind, das sich beweisen will. Er hat dich bereits benutzt, um verbotene Technik zu schmuggeln. Moment mal, hey! Ich steige aus, Thomas. Willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was vorgeht hinter deinem... Sie gefährdet die gesamte Operation. Du wolltest ihn schon immer in die Finger kriegen? Du warst ja mit deinen Fingern schon dran, das lief ja gut. Rachel! Das hier ist Krieg und im Krieg sterben unschuldige Menschen. Ich habe noch nie eine eigene Entscheidung getroffen. Lasst es mich nochmal versuchen. Selbst wenn ich in den nächsten fünf Minuten sterbe, war es richtig. Ich bin ganz allein. Nur ich und der Rest der Welt. Ich bin tvåmal mit Rett. Ich bin zerstörter. Deshalb freue mich. Ich bin nicht.